Moin zusammen, mein Name ist Sebastian von 1817 Bünger Bikes und heute erkläre ich euch mal einfach und schnell das Purion Display von Bosch. Das Purion ist das kleinste und auch einfachste Display von Bosch, also wirklich die abgespeckte Version. Man findet es häufig an Mountainbikes, weil die natürlich keine großen Displays haben möchten, also alles was unterwegs stört, abfallen kann oder ungeeignet ist, wird natürlich weggelassen und da kommt dann das Purion ins Spiel. So viele Funktionen hat das Display gar nicht mal, aber das Wichtigste ist dabei, wie ich finde. Lass uns einfach mal starten und gucken, was wir denn alles zur Verfügung haben. Der An- und Aus-Button befindet sich hier oberhalb des Displays, einmal kurz drauf gedrückt und schon fährt das Ganze hoch. Und ihr seht schon, es ist relativ übersichtlich. Ich habe hier oben einmal ganz groß die kmh, die Geschwindigkeit stehen. Darunter habe ich dann die verstellbaren Parameter. In dem Fall ist es jetzt der Trip, also die Tageskilometer. Ich zeige euch gleich, wie ihr das einmal verstellen könnt. Und hier unten haben wir dann noch die Batterieanzeige. So, dann natürlich, wie unschwer zu erkennen, mit Plus und Minus schalte ich die Unterstützungsstufen. Wenn ich jetzt mal auf Plus gehe, bin ich im Tour, ich war vorher im Echo. Ja, dann habe ich die Tour, Sport und Turbo. Oder ich könnte auch ganz runter schalten auf Off, also Motorunterstützung aus. Gut, ich lasse ihn jetzt mal auf Echo stehen. Fangen wir mal an mit dem Licht. Licht an- und ausschalten ist bei dem Display ganz einfach. Und zwar müsst ihr die Plus-Taste für ein paar Sekunden gedrückt halten. Zack, und ihr seht schon, das Licht schaltet sich ein. Und ich habe hier unten auch noch ein kleines Icon, was mir das Lichtsymbol anzeigt. Wenn ich jetzt wieder auf Plus gehe, gedrückt halte, dann schaltet sich das Licht auch wieder aus. So, dann kommen wir zu den Parametern, die ich habe. Habe ich ja gerade schon gesagt, dass wir jetzt hier einmal die Tageskilometer haben. Die kann ich weiterschalten, indem ich Minus gedrückt halte. Und zwar komme ich dann einmal in die Gesamtkilometer. Und einmal in die Range, also die Reichweite. Wie weit kann ich denn noch fahren ungefähr? Ich befinde mich jetzt im Echo-Modus und könnte jetzt noch 26 Kilometer weit schaffen. Wenn ich jetzt natürlich in den Tour-Modus gehe, dann wird es ein bisschen weniger. Dann geht er runter auf 16. Wenn ich jetzt mal in den Turbo gehe, dann sind es nur noch 11. So, gehen wir mal zurück auf Echo. Und wenn ich jetzt einen weiterschalte, seht ihr schon, bin ich in der Anzeige der Unterstützungs-Modi. Die kann ich mir dann auch anzeigen lassen. Und noch einen weitergeschaltet, bin ich wieder bei dem Trip, also bei den Tageskilometern. Mehr ist es dann auch gar nicht. Also ich finde, alles was man braucht. Klar, man könnte vielleicht noch eine Uhrzeit integrieren. Hat Bosch jetzt aber bei dem Display nicht gemacht. Ist schade, klar. Aber es ist jetzt nicht von Nöten. So, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trip gefahren bin und ich möchte die Tageskilometer, den Trip zurücksetzen, dann drückt ihr einfach Plus und Minus gleichzeitig. Dann seht ihr, zack, komme ich auf Reset. Und dann würde er jetzt auch alles wieder auf Null zurücksetzen. Dann habe ich unterhalb des Displays hier noch einen Button. Das ist der Button für die Schiebehilfe. Wenn ich den jetzt einmal drücke, dann steht dort Walk Plus. Das heißt, ich muss in der Zeit, wo dieses Walk Plus dort steht, Plus gedrückt halten. Und wenn ich dann die Plus-Taste gedrückt halte und so lange, wie ich sie gedrückt halte, komme ich dann in den Schiebemodus. Und dann werde ich mit 6 kmh Schiebehilfe unterstützt. Dann habe ich hier auf der rechten Seite noch eine USB-Buchse. Die ist allerdings wirklich nur dafür da, um das Display an den Computer zur Wartung anzuschließen. Also ich kann da keinerlei Smartphone oder Sonstiges anschließen. Und da geht auch keine Ausgangsspannung von dem Display aus. Also ich habe keine Möglichkeit, dann mein Handy oder Sonstiges daran zu laden. Also ihr seht schon, das Purion ist sehr minimalistisch gehalten. Die wichtigsten Funktionen sind aber dabei. Und falls ihr noch weitere Fragen habt zu dem Display oder auch zu anderen Displays, dann stellt sie uns gerne in die Kommentare und lasst uns ein Like da.